Hi Freunde, Mottmann hier. Viele von euch haben mich angesprochen und haben gesagt, ey Motte, kannst du mal ein geiles Fernkampfjägerbild rausbringen? Und ich habe zwar schon eins auf meinem Kanal veröffentlicht, doch ich habe mir noch ein anderes überlegt. Das andere Bild, was es bereits gibt, handelt von durchschlagender Schuss, das könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal angucken, ist ein One-Shot-Bild, was aber relativ langsam gespielt wird. Jetzt habe ich hier einmal eine krasse Alternative und zwar ein Bild, was sehr, sehr schnell gespielt wird mit Sperrfeuer. Und es haben sich einige wünscht, dass ich eins mit Sperrfeuer mache, eins das ein bisschen schneller ist. Ich dachte, ich kombiniere das Ganze und stelle in diesem Video dieses Bild vor. Wenn dir das Video gefällt, gib einen Daumen nach oben. Hast du generell noch Fragen, Anregungen, Bildwünsche oder Bildideen? Schreib es mir gerne in die Kommentare und tu mir zwei Gefallen. Lass gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da, damit du kein Video mehr von mir verpasst und mir hilfst, auf YouTube zu wachsen. Und zweitens lass auch gerne ein Follow auf Twitch da, den Link findest du unten in der Beschreibung. Wenn du noch Leute zum Diablo-Spielen suchst, guck doch gerne mal in meinem Discord vorbei, auch der Link ist in der Beschreibung. Wir sind aktuell über 1200 Leute, die unter anderem Diablo 4 spielen, aber auch andere Spiele und wo du eigentlich immer wen zum Spielen finden kannst. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Bevor wir uns den Guide aber nun näher anschauen, eine kleine Empfehlung von mir an euch. Und zwar geht es hier um Holy Energy. Vielleicht kennt es der eine oder andere schon. Ist eine Alternative zu malen Getränken mit sehr, sehr vielen Vorteilen. Unter anderem hat das Ganze sehr, sehr wenig Zucker. Es ist mit Vitaminen angereichert. Und das Beste, ihr müsst nicht immer Flaschen schleppen, denn das Ganze wird in kleinen Pulvertütchen angeliefert oder in Pulverform. Ihr könnt euch ein Glas nehmen, macht da Leitungswasser rein, Eiswürfel, shake das Ganze durch bzw. rührt es durch und könnt das Getränk dann ganz eiskalt genießen. Gibt es in zwei Optionen. Einmal mit Energy und einmal ohne als Eistee-Variante. Und natürlich in sehr, sehr vielen Geschmacksrichtungen. Wie zum Beispiel Orange Himbeere habe ich hier als Energy oder Lime Matcha Mint Green Tea als Eistee. Schmeckt wirklich sehr, sehr geil, sehr, sehr fruchtig und wie gesagt, hat keinen Zucker. Wenn du das Ganze jetzt testen möchtest, kannst du den Code MOTTMAN5 benutzen. Ich schreibe das nochmal unten in die Beschreibung sowie den Link, wo du das Ganze eingeben kannst. Und kannst ein Probierpaket für 13,99 Euro bekommen. Das kostet nun mal 18,99 Euro und das Beste, den Versand, kriegst du auch noch oben top quasi for free dabei. Ja, kommen wir jetzt zum Guide. Dann schauen wir uns hier das Bild mal etwas näher an. Wir machen das Ganze wie immer. Wir gehen erst über den Fertigkeitenbaum. Danach gucken wir uns die legendäre Items an, sprechen noch kurz über den Paragonbaum und gucken uns dann das Gameplay an. Danach solltet ihr gewappnet sein, das Bild ohne Probleme nachzubauen und selber spielen zu können. So, wir haben zuerst Einstich geskillt. Werft Klinge über eine kurze Distanz verursacht, so und so viel Schaden. Und jeder dritte Einsatz verlangsamt Gegner zwei Sekunden lang. Kritische Treffer verlangsamt immer. Dazu haben wir noch die Modifikation. Erhältet zwei Energie, wenn Einstich einen Gegner schadenswügt, der unter Kontrollverlusten leidet. Und Einstich schleudert jetzt drei Klingen in einer Fächerform, wobei jeder 35% des Baden dieses Schadens verursacht. Wenn ein Gegner mit mindestens zwei Klingen gleichzeitig getroffen wird, wird er zwei Sekunden lang verwundbar. Dadurch können wir Gegner slowen, wir können sie verwundbar machen und wir können Energie zurückbekommen, was im Allgemeinen ziemlich, ziemlich gut ist. Das ist auch unsere Basisfähigkeit, die wir quasi immer benutzen, wenn wir Energie benötigen. Dann kommen wir auch schon zu unserer Kernfähigkeit, unserem Schadensbonus on top. Und zwar entfesselt ein Sperrfeuer aus fünf Pfeilen, die sich ausdehnen und jeweils so viel Schaden verursachen. Jeder Pfeil verfügt aber eine Chance von 20% bis zu einmal von einem Gegner abzupreilen. Querschläger verursachen 40% des Basisschadens. Das Ganze haben wir nochmal natürlich ein oder beide Modifikationen. Die Querschläger von Sperrfeuer erhöhen sich auf 100% für Pfeile, die einen verwundbaren Gegner Schaden zufügen oder einen kritischen Treffer erzielen. Ihr merkt schon, wir wollen in diesem Bild sehr, sehr viel kritische Trefferchance haben. Damit wir immer wieder kritische Treffer machen und am besten auch kritischen Treffer schaden, weil wir ja eh viel kritische Trefferchance haben. Und immer wenn ein Einsatz von Sperrfeuer mindestens viermal abprallt, erhält euer nächster Einsatz um 20% erhöhte kritische Trefferchance. Heißt, wir kriegen auch nochmal einen dicken Bonus auf kritische Trefferchance on top. So, als nächstes haben wir einmal C. Ihr erhaltet 4% Schadensreduktion im Nahkampf und danach heilt euch um 3% eures maximalen Lebens, wenn ihr Gegner in der Nähe kritisch trefft. Heißt immer, wenn wir Gegner treffen, mit einem Krit kriegen wir 3% unseres Lebens zurück. Und da wir eh sehr viel kritische Trefferchance haben, nehmen wir das Ganze natürlich mit, damit wir einen schönen Heal haben. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Schattenschritt. Werdet unaufhaltsam und bewegt euch schnell durch die Schatten und stecht aus dem Hinterhalt auf ein Opfer, wodurch es so und so viel Schaden verursacht. Erhaltet danach 2 Sekunden lang 50% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. By the way, unaufhaltsam bedeutet, ihr verliert alle CC-Effekte und verhindert auch CC-Effekte für euch, wie zum Beispiel Stunts, Einfrieren, Slown und und und. Tja, das Ganze mit, wenn ihr einen Gegner mit Schattenschritt Schaden zufügt, wird eure kritische Trefferschance gegen ihn 3 Sekunden um 8% erhöht, was auch sehr, sehr gut ist. Heißt, wir haben nochmal einen doppelt oder einen guten kritischen Trefferwert on top und die Abgängzeit von Schattenschritt ist um 3 Sekunden reduziert, wenn er einen Gegner Schaden zufügt und ihr in den letzten 4 Sekunden nicht mit Schattenschritt getroffen habt. Äh, den ihr in den letzten 4 Sekunden nicht mit Schattenschritt getroffen habt, so. Auch ziemlich, ziemlich nice, geht nochmal die Abgängzeit runter, hat eh eine geringe Abgängzeit von 9 Sekunden. Und das ist quasi ein Move, erstens um schnell voranzukommen, zweitens um kritische Trefferschance gegen Gegner zu bekommen wie Bosse und drittens, wenn wir irgendwie doch CC'd werden, können wir da dann irgendwie uns retten und aus dem CC rauskommen. Dann habe ich noch geskillt, dreimal Waffenbeherrschung, erhalte je nach Waffentyp einen Angriffsbonus. Wir haben in der Regel Schwerter in der Hand, wodurch wir mehr Schaden bekommen, einen Dolch, mehr Schaden gegen gesunde Gegner und eine Armbrust, mehr kritischer Trefferschaden, ja. Ziemlich, ziemlich gut, ist eigentlich in jedem Bild dabei, einer der besten Passiven, die es quasi gibt. Dann haben wir noch Robustheit, erhalte 5% Schadensreduktion gegen Effekte mit Schaden über Zeit. Das Ganze haben wir geskillt, damit wir hierhin kommen. Erhalte 18% Schadensreduktion, während ihr unter Kontrollverlust-Effekten leidet. Heißt, wenn wir doch irgendwie gestandt werden und nicht rauskommen und angegriffen werden, kriegen wir 18% weniger Schaden. Bringt oder hält uns in vielen Fällen am Leben, wo wir sonst nun mal sterben würden, ja. Auch das nehme ich immer gerne mit, damit wir ein bisschen defensiver sind. Dann, nachdem ihr einen Gegner zurückgestoßen oder Linier geschlagen habt, ist eure kritische Trefferschance gegen diesen Gegner 3 Sekunden lang um 8% erhöht. Das Ganze habe ich auch mitgenommen. Denn mit der Giftfalle, die wir im nächsten Baum quasi geskillt haben, platziert eine Giftfalle, die nach 1,25 Sekunden scharf wird. Kommen Gegner ihr zu nah, aktiviert sie sich und fügt Gegnern im Wirkungsbereich im Verlauf von 9 Sekunden so und so viel Schaden zu. Und das Wichtige, Giftfalle schlägt Gegner bei Aktivierung nieder, wo wir dann hier die kritische Trefferschance erhöht bekommen bei niedergeschlagenen Gegnern. Und Giftfalle verfügt über eine Chance von 30% bei der Aktivierung, eure Infusionsfähigkeiten abzuschließen. Dann habe ich hier noch die passiven Fähigkeiten. Das gilt ausnutzen, ihr fügt gesunden und verletzten Gegner 18% mehr Schaden zu. Gesunde Gegner haben mehr als 80% leben, verletzte Gegner mehr als 35% leben. Also quasi in der Hälfte des Fights fast machen wir 18% mehr Schaden. Und ihr verfügt, ihr fügt verwundbaren Gegnern 9% mehr Schaden zu. So ich sehe gerade, wir haben hier quasi durch Gegenstände zwei Ränge bekommen. Ich dachte gerade die ganze Zeit, hä, wo sind denn meine Punkte, warum kann ich die nicht geben? Demnach würde ich die beiden hier wieder rausnehmen aus dem mit dem kritischen Trefferschaden und skill die beiden hier rein. So haben wir 5. Ihr fügt gesunden und verletzten Gegner 30% mehr Schaden zu. Ja, das ist viel besser. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann kommen wir weiter in den nächsten Baum. Und hier haben wir einmal Schatteninfusion. Erfüllt eure Waffe mit schweren Schatten. Eure nächsten zwei Infusionsfähigkeiten verursachen Schattenschaden und infizieren Gegner 6 Sekunden lang. Infizierte Gegner explodieren beim Tod und fügen allen Gegnern in der Nähe so und so viel Schattenschaden zu. Dann, wenn die Infektion vor dem Tode dieses Gegners abläuft, fügt sie nur diesem Gegner so und so viel Schaden zu. Auch eine ziemlich, ziemlich nice Fähigkeit. Ihr habt dann das Ganze modifiziert mit, ihr habt eine 15% höhere kritische Trefferschance gegen verwundete Gegner, die mit Schatteninfusion infiziert sind. Und die primäre Explosion von Schatteninfusion macht Gegner 2 Sekunden lang verwundbar. Aber, mein Gott, Allergie ist heute sehr, sehr am Laufen bei mir. Also das haben wir auch auf jeden Fall mitgeskillt. Und dann haben wir hier einmal die Kälteinfusion. Erfüllt eure Waffe mit frostiger Energie. Eure nächsten zwei Infusionsfähigkeiten verursachen Kälteschaden und unterkühlen Gegner um 25% pro Treffer. Und auch wieder hier zwei Modifikationen. Fertigkeiten mit Kälteinfusion verfügen über eine Chance von 30% Gegner 3 Sekunden lang verwundbar zu machen. Und das zweite kritische Treffer mit Fähigkeiten mit Kälteinfusion verfügen über eine Chance von bis zu 20% Gegner sofort 3 Sekunden lang einzufrieren. Ja, das haben wir auch mitgenommen, auch sehr, sehr nice. Das passiv nochmal hier, 3 Punkte fügt unterkühlten Gegner 15% und eingefrorenen Gegner 30% mehr Schaden zu. Hier oben, Schattenschaden verfügt über eine Chance von bis zu 10% Gegner nur über 5 Sekunden lang zu betäuben. Also einen Punkt rein. Und auch darüber einen Punkt jedes Mal, wenn ihr einen Gegner mit Schadenschaden tötet, erzeugt ihr 10 Energies. Einfach nur ein ganz nicer Energie-Recover-Move. Passiv, wie auch immer. So, und dann links haben wir einmal Fertigkeiten mit Infusion erhalten. Eine um 9% erhöhte kritische Trefferchance. Das Ganze auch mitgenommen. Wir haben ja zwei Infusionseffekte, die quasi sehr oft aktiv sind. Deswegen haben wir das Ganze mit, was ziemlich nice ist. Dann kommen wir zu den ultimativen Fähigkeiten. Da haben wir eigentlich nur passive. Einmal hier. Es besteht eine Chance von bis zu 30% 8 Energie zu halten bei einem Glückstreffer. Und wenn Giftfalle oder Todesfalle aktiviert werden, wird eure kritische Trefferchance gegen Gegner, die verwundbar sind. Oder unter Kontrollverlust-Effekten line 4 Sekunden lang um 12% erhöht. Dann haben wir noch einmal Adrenalinrausch. Ein Punkt in Bewegung ist eure Energiereneration erhöht. Das Ganze haben wir aber nur gesgilt, um Hass quasi zu bekommen. Wenn ihr mindestens 50% maximale Energie habt, ist eure Bewegungsgeschwindigkeit um 15% erhöht. Wenn ihr weniger als 50% maximale Energie habt, ist eure Angriffsgeschwindigkeit um 15% erhöht. Also wenn wir mehr Energie haben, wenn wir quasi durch Gegner durchlaufen oder so, dann kriegen wir 15% Bewegungsgeschwindigkeit. Und wenn wir dann im Fight sind, zum Beispiel gegen den Boss, haben wir in der Regel unter 50% und kriegen dadurch dann Angriffsgeschwindigkeit. Und als ultimative passive. Kritische Treffer mit Präzisionsfähigkeiten verlauen euch Präzision. Ihr erhaltet 4% höhere kritischen Trefferschaden pro Stapel Präzision bis maximal 20%. Wenn ihr maximale Präzision erreicht habt, landen eure nächsten Präzisionsfähigkeiten garantiert. Einen kritischen Treffer, der 40% höheren kritischen Trefferschaden verursacht und alle Stapel von Präzision verbraucht. Präzisionfähigkeiten sind hier zum Beispiel Sperrfeuer. Ihr seht es oben im Namen. Ist A Typ Kern, B Infusionsfähig und C Präzision. Und bei Einstich haben wir auch Basis und Präzision. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz nice. Bei den Fähigkeiten steht zum Beispiel auch Infusionsfähig, wie beim Schattenschritt auch. Und das sind die Fähigkeiten, die quasi mit der Schatteninfusion und mit der Kälteinfusion kombiniert eingesetzt werden können. Also wo diese Stapel quasi verbraucht werden. So, das erstmal zum Skillbild, Spezialisierung. Ich würde euch raten, probiert euch da gerne durch. Am liebsten nehme ich tatsächlich bei diesem Bild immer inneres Auge mit. Dadurch haben wir halt eine Chance, 4 Sekunden lang unbegrenzt Energie auszugeben. Und Sperrfeuer kostet 30 Energie. Wird sehr, sehr schnell abgeschossen. Sehen wir aber gleich im Gameplay und wenn wir das Ganze 4 Sekunden lang abschießen können. Gerade auf Bosse ist das ziemlich, ziemlich nice. Also das ist ziemlich gut. Vorbereitung macht keinen Sinn, weil wir eh keine ultimative Fähigkeit haben. Und Kombo-Punkte kann man natürlich mitnehmen. Aber da wir sehr oft Sperrfeuer benutzen, auch das nicht so ganz sinnvoll, wie ich finde. Inneres Auge ist da der Way to go. Meinerseits, meiner Meinung nach. So, dann kommen wir zum Item-Bild. Auf dem Helm haben wir den Fähigkeit, ihr leidet 15% weniger Schaden von Gegnern, die unter Kontrollverlusteneffekten betroffen sind. Und ihr haltet jedes Mal, wenn sie euch direkt einen Schaden zufügen, 2 Sekunden lang 15% Bewegungsgeschwindigkeit. Kontrollverluste machen wir zum Beispiel, wenn die Giftfalle hochgeht. Da werfen wir die ja zu Boden. Wenn wir zum Beispiel mit der Kälteinfusion angreifen, machen wir Gegner ja, slowen die. Oder auch mit dem Einstich können wir Gegner slowen. Also sehr, sehr sinnvoll. Und auch mit Schattenschritt. Und alle Gegner, ne, wir betäuben gar nicht, wir haben das gar nicht geskillt. Aber generell, Kälteinfusion, Einstich, dafür sehr, sehr nice und die Gipferle natürlich. Dann, Basisfähigkeiten verloren, 2 Sekunden lang 20% Schadensreduktion. Heißt immer, wenn wir Einstich benutzen, kriegen wir 2 Sekunden lang 20% weniger Schaden. Dann, was haben wir noch? Eingeprägt, ihr erhaltet 4 Sekunden lang 0,4 höhere Rüstung, wenn ihr irgendeine Art von Schaden verursacht, bis zu 40% stapelbar. Als nächstes haben wir auf den Schuhen kritische Treffer verleihen eine Sekunde lang 8% Bewegungsgeschwindigkeit bis maximal 6%. Unser Bild macht ja generell kritische Treffer, deswegen ist das ziemlich, ziemlich nice. Und wir haben mehr oder weniger dauerhaft mehr Bewegungsgeschwindigkeit, was ultra, ultra nice ist. Quasi immer, wenn wir einen kritischen Treffer machen, das Ganze steckt sich dann bis 6 Sekunden hoch. Dann haben wir hier Fertigkeiten verursachen bis zu 28% mehr Schaden, basierend auf der zu Wirkzeit verfügbaren Primärressource. Bei voller Primärressource erhält ihr den maximalen Bonus. Das Ganze natürlich auch sehr, sehr nice mit der Spezialisierung. Wenn wir volle Energie haben und 4 Sekunden lang eh keine Energie verbrauchen, machen wir natürlich dauerhaft 28% mehr Schaden, was ziemlich, ziemlich gut ist. Dann haben wir hier einmal geskillt. Die Pfeile von Sperrfeuer haben jedes Mal, wenn sie abprallen, eine Chance von 24% sich in 2 Pfeile zu spalten. Auch das natürlich nice mit unserer Mainfähigkeit Sperrfeuer. Da eine 24%ige Chance, dass die sich spalten und wir nochmal mehr Schaden machen. Grundsätzlich in den Waffen immer grüne Steine rein, in den Rüstungen die Topazsteine und in den Schmuckstücken am besten Totenköpfe. Dann habe ich noch diesen ultimativen legendären Dolch. Eure Kernfähigkeit verursacht 38% mehr Schaden, wenn ihr 3 Kombo-Punkte ausgebt. Eure Basisfähigkeit mit dieser Waffe haben eine Chance von 30%, 3 Kombo-Punkte zu erzeugen. Das Ganze nehmen wir aber theoretisch nur mit, wenn wir quasi die Kombo-Punkte-Energie skillen wollen, Spezialisierung. Also da müsst ihr euch aussuchen, nehmt ihr hier die Kombo-Punkt-Spezialisierung oder nehmt ihr inneres Auge. Könnt ihr euch mal durchtesten, wenn ihr die Kombo-Punkt-Spezialisierung nehmen solltet. Dann solltet ihr 100%ig diesen Dolch hier mitnehmen. Wenn nicht, zeige ich euch gleich aber auch eine Alternative. Dann haben wir noch hier, wenn ihr Gegner mit einer Basisfähigkeit angreift, erhöht sich der Schaden eurer nächsten gewickten Kernfähigkeit um 5%, damit sich das Ganze hochstext und Basisfähigkeiten erhalten 15% Angriffsgeschwindigkeit, sowie eure Infusionseffekte sind 30% wirksamer gegen verwundbare Gegner, nur Jäger. Kommen wir noch kurz zu der Ersatzwaffe. Wenn ihr hier quasi nicht mit den Kombo-Punkten spielt, den Dolch, würde ich euch raten, entweder ihr nehmt diesen Effekt mit. Eure Infusionseffekte sind 20% wirksamer gegen verwundbare Gegner, was ziemlich, ziemlich nice ist. Oder als zweiten Effekt, ihr nehmt das hier mit. Wenn ihr einen Gegner verwundbar macht, habt ihr eine Chance von bis zu 30%, 3 Sekunden lang 3% kritische Trefferschance zu erhalten, bis maximal 9%. Also die beiden Sachen könnt ihr auch sehr, sehr mitnehmen, weil wir ja quasi mit dem Bild auch sehr, sehr oft verwundbar machen. Und das Ganze natürlich dann auch nochmal unseren kritischen Schaden stackt. Oder halt mit den beiden Infusionseffekten dann hier nochmal 20% mehr Schaden gegen verwundbare Gegner bekommen. Das Ganze könnt ihr auch beides mitnehmen. Einen Effekt am besten auf die Handschuhe. Und den zweiten Effekt, den ich euch hier gezeigt habe, dann auf den Dolch, beziehungsweise keinen Dolch nehmen, sondern auf ein Schwert. Ich habe aktuell aber diese Handschuhe Glückstreffer, wenn ihr einen verwundbaren Gegner mit einer Präzisions- oder Meuchefätigkeit, in unserem Falle Präzisionsfähigkeit, Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 29% einen Schattenklon zu beschwören, der eure Angriffe nachahmt. Ja, auch das ist ziemlich, ziemlich nice. Wenn ihr die Handschuhe habt, könnt ihr die gerne einsetzen. Wenn ihr zum Beispiel die Handschuhe oder den Dolch nicht habt, nehmt ihr dann halt einmal die beiden Fähigkeiten, die ihr euch ja quasi farmen könnt. Also einmal hier den rachsüchtigen Aspekt und als zweites den Aspekt der Verderbnis. Ja, da könnt ihr euren Item-Bild dann quasi voll machen. Und wie gesagt, probiert gerne mal aus, was euch mehr Spaß macht, ob mit Kombo-Punkte oder inneres Auge, ist beides sehr, sehr gut spielbar. So, kommen wir nun aber kurz zum Gameplay, wie genau das Ganze funktioniert. Ich würde sagen, dafür gehen wir einmal hier unten in die Stadt. Hier haben wir nämlich immer ein Event, das wir spielen können. Und am Event können wir dann kurz gucken, wie das Bild an sich funktioniert und wie das Ganze gespielt wird. Ähm, und am Ende sage ich dann noch ein paar abschließende Worte. Und ja, dann wären wir mit dem Video tatsächlich auch schon durch. Ich hoffe, das war alles bisher verständlich erklärt. Ähm, ja, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Da versuche ich immer noch einzugehen und das Ganze natürlich auch zu beantworten. So, äh, wenn wir jetzt hier angekommen sind, laufen wir aber kurz zum Event und dann zeige ich euch, wie das Ganze an sich gespielt wird. Natürlich gibt es zwei verschiedene Spielmöglichkeiten, ob ihr a. mit inneren Auge spielt oder b. mit Kombo-Punkten. Wir haben hier gerade den Dolch ausgerüstet, also haben wir hier das Kombo-Punkte-Bild quasi mit dabei. Ähm, und wir gehen jetzt einmal kurz aus der Stadt raus. Ähm, und ich zeige euch dann draußen außerhalb, wo genau, ähm, oder wie genau das Ganze gespielt wird. Hier müsste ein Event sein, wenn ich mich nicht recht entsinne. Auf der linken Seite. Aber mein Rechner ist hier bei diesen warmen Temperaturen, gibt ja echt so ein bisschen nach teilweise. Ihr seht selber, ist alles so ein bisschen am Haken. Okay, anscheinend ist hier doch gerade kein Event. Naja, dann zeige ich euch trotzdem, wie das Ganze geht. Also, wir haben hier einmal die Sperrfeuerfähigkeit, das ist unser Rechtsklick. Ähm, aber ich kann gerade gar nichts machen, weil es so leckt. Holy shit, was ist denn jetzt los? Ähm, mit dem Rechtsklick, ihr seht schon, ähm... Ihr seht schon, mein Rechner gibt komplett den Geist auf. Ähm... Kann ich jetzt spielen? So, perfekt. Also, ihr seht schon, wir laufen hier quasi immer wieder nach hinten und machen dann Sperrfeuer. Sperrfeuer ist so eine Fähigkeit, die halt quasi, äh, wie Mehrfachschuss in Diablo 3 nach vorne schießt. Ähm, ihr seht da das Ganze, äh, ordentlich Sperrfeuer nach vorne, macht gut Schaden, gerade im AOE-Bereich, aber auch gegen einzelne Targets. So, dann guckt ihr am besten immer, dass ihr, wenn ihr Sperrfeuer benutzt, eine von den Infusionsfähigkeiten vorher benutzt, damit wir hier den maximalen Impact rausholen. Äh, und wir haben ja die Möglichkeit, wenn beide unsere Infusionsfähigkeiten auf CD sind, legen wir die Giftfalle. Denn wenn die Giftfalle hochgeht, gibt's eine Chance ja, dass unsere Abklingzeit von den Infusionsfähigkeiten zurückgesetzt wird. Heißt, ihr lauft einfach nur nach vorne, macht Schaden an den Gegner, wenn die Infusionsfähigkeiten ready sind, äh, diese einsetzen. Wenn beide auf CD sind, legt ihr die Giftfalle, die dann explodiert und die Chance hat, eure Infusionsfähigkeiten hier wieder zurückzusetzen. Ja, und so lauft ihr dann quasi durch die, äh, Massen an Gegnern hindurch und macht immer wieder schön Schaden. Wenn ihr jetzt irgendwie gestunt werden solltet, könnt ihr immer noch mit der Leertaste quasi wegspringen, also mit Entrinnen oder halt mit Schattenschritt um euch herum auch nochmal ein bisschen Abstand zu den Gegnern aufbauen. An sich ist das Ganze aber ein ziemlich cooles Bild. Ihr seht, ich spiele hier auf Weltstufe 4, ich mach ordentlich Schaden. Dabei hab ich nicht die perfekten Werte auf meinen Waffen, ähm, also da ist noch deutlich Luft nach oben, aber das ist alles kein Problem. Ich kann das Ganze so spielen, ich bin jetzt Level 67, das Ganze ist 6 Level über mir. Also ihr seht, auch im Nachteil quasi vom Level habt ihr dann eine gute Chance. Ja, das war's mit dem Video. Am Ende war's ein bisschen holpig, weil die Hardware gerade ein bisschen versagt. Es ist heute so warm bei uns in der Bude, äh, dass der Rechner ein bisschen streikt. Ähm, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, schreibt's mir gerne in die Kommentare, lasst gerne Super Sangs da. Und vielleicht gibt's dann irgendwann neue Hardware. Ja, aber das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so war, Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt's gerne in die Kommentare und tut mir zwei Gefalle. Erstens ein Abo auf meinem YouTube-Kanal, zweitens ein Foller auf Twitch. Und wenn ihr noch Leute zum Diablo-Spielen sucht, kommt gerne auf den Discord, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, das war's mit dem Video. Ich wünsch dir noch eine Menge Spaß. Hoffentlich überstehst du diese warmen Tage. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.